Wer schwarz wählt, der bekommt grün. Denn Frauenquoten sind ein Mittel des Zwangs. Sie greifen zutiefst in die grundrechtlich garantierte Eigentumsfreiheit aus Artikel 14, in die Berufsfreiheit aus Artikel 12, sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz ein. Frauenquoten produzieren Quotenfrauen. Und glauben Sie mir, keine Frau will als bloße Quotenfrau abgestempelt werden.